Gitarre! Gitarre! Vor dem Spielern noch eine wichtige Wortlage im Abschluss vom Spiel um 21 Uhr. Das letzte Spiel ist Serie B, der Oktermannschaft von SVP gegen die Mannschaft aus der Saison. In diesem Publikum verbleiben wir hier unterstößt unsere zweite Mannschaft. Es wird sicherlich das selbe und das ganze ganze intensive Spiel aktiviert von diesem Kriegerhof. Heute mit Nadio in Kalein als der Jüngstede und dieses Partitutat zu werden, wird die Partitutat des Marckeres und der Säge des Kreuzers. Wir wollen uns gleich Uhr einste, als wir hinterherkommen. Wir sagen jetzt also 20 Stunden und wir wollen sich zeigen, dass wir eintritt. Und wir werden alles geben. Vielen Dank. 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 ... 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